Schönen guten Mittag, mein Name ist Anna von der Agence Remax Premium von Nangellorf. Wir sind heute zu Kolmabirsch und ich gebe euch gerne das schöne Night House fürstellen. Aber da kommt ein Format bis ran und los ist euch überraschend. Das Haus ist in April 2019 fertig gebaut worden. Es liegt auf einem Terrain für feier Aar und das auf drei Niveau aufgedeilt. In der Reihe haben wir ein Garage für zwei Autos, eine Bühanderie, eine Lokalteknik und Kalle. Und die Läufe sind in der Reihe von der Reihe auf den zweiten Stock. Die Läufe sind in der Reihe von 14. Am ersten Tag haben wir ein grosser Salon-Sala-Manger mit direktem Akse auf der Terrasse an Gärte. Eine Kirche mit zehn Jungs an der WC. Am zweiten Niveau haben wir drei Schlafkummern. Dort haben wir ein Parental mit Wohnzimmer und zwei Schlafkummern für 15 Meter. An der Reihe haben wir eine Bühne von 46 Quadratmetern. Heute ist das Haus gefallen. Dann melde ich euch für meine Kontaktdaten von der Mann vom Video. Ich wünsche euch noch vielmals Merci und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.